warte 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 saust du jetzt hier so rum mh kollege sagt er einfach so ich darf so so sagen wie ich so so sag wie so so ja ich kann christian und marina schlecht fragen ob das für die auch in ordnung ist das muss dann einer von euch tun ich muss das nicht tun du bist nicht meine freundin also das ist auch richtig im erweiterten sinne ich habe mit dir keinen verkehr so ja gut das wüsste ich das ist richtig auf gehst und direkt wieder ignorieren wahrscheinlich ist ja mal die gerade rot wie eine tomate zu hause warum was ist denn jetzt maske vorbereiten falsch was wir müssen hier in das große geschäft er sagte großes geschäft aber hier sind hunderttausend kameras ich habe maske auf warum aber und direkt wird alarm aufgelöst und jetzt wird direkt in den arsch gefickt hier ja eine kerze anderen ist es wenigstens romantisch wenn du in den arsch gefickt jetzt ist er wieder voll bei der sache gerade hat er kein wort gesagt ich krieg die krise hier hey sofort wirst du in den arsch gefickt cool ich hab kom her du Pissnakel ja Pissflitsche gib 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 ja schmuck soo hier ich bin bereit hau rein da ist der primutz amt sieh vamos 1 прин er hier 6 auf Er auch 4 Ja! 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 Was ist denn das blöde Fluchtauto? Weil Nacht ausgelöst wurde Wir machen jetzt doch was Kohle! Geil! Ohrringer! Gehebt am besten die Juwelen, die hier oben liegen noch nicht auf! Erst wenn das Fluchtauto wieder da ist Sicher den Schmuck 0 von 4 Ja, aber wohin denn? Gehebt am besten! Der Punkt ist Ah, er kommt zurück Ah! Okay, jetzt! Ohmala! Ohmala, ohmala! Ohmala! Jetzt bin ich, du Hornochse! Oh! Wann hat der mich ab? Wann hat der mich ab? Geldtaschen, ne? Jaja Ja, ich meine ja nur Bevor ihr anfangt schon die Feier zu planen Welche Feier? Ja, mit dem Wegknallen Ja, was hat die geplant? Ja, ich meine ja nur Bevor ihr damit, äh Weißt du, zu weit abgelenkt seid Hier sind immer noch Polizisten, die auf uns schießen und so Äh Wirb! Du auch! Oben einer hat den Tresor leergeräumt Nö Ich hab keinen gesehen Oben im Büro ist der So, hier sind noch ein paar Taschen Was stimmt denn mit euch nicht? Alles! Lalalalalala Alter! Ihr seid doch nicht mehr ganz richtig Hehe Einer von uns Wir können nebenan in nem Autohaus auch noch Sachen klauen, ne? Verpiss dich! Hehe Ist doch schon das leer hier! Nein, da ist noch mehr Im Nebenhaus, wie gesagt, im Autohaus war auch noch ein Clown Was steht denn denn da so? Oh, das ist meine Puppe! Was steht denn denn da so? Oh, das ist meine Puppe! I need bullets, now! Or surrender, or dive in the hole! Man off the river! Watch the seal! Hör! Leute, in unten ist doch eine Einmal Schmuck, ne? Ich mach noch den Tresor im Autohaus leer No! Ist ja denn da! Okay, we got it secured! Stay down! Heads up! Heads up! Leute, hier unten ist immer noch mehr Schmuck Down! Okay. aber ich glaube das war es jetzt was wir hier ich habe noch was Das tut ja dein eigenhörn. Ist da eigentlich noch einer auf die Brücke? Kau! Oh! Hey, Amigos! Almost out of ammo. You got any widgets? Das war's für heute. Nichts! Nichts! Trenn! Ich krieg die Krise Da ist die Schwierigkeit zu niedrig Ja, dann ab hier, oder? Ja Ja, ja Alter, wir schwimmen in den Taschen Das war schön Also möchte er Buffet haben 170.000 Euro, Alter Ja Okay Danke schön.